Ja, es geht, mit dem Joypad, perfekt. Okay. Also, das hier bin jetzt ich. Und ihr... Lasst die Cam im Weg. Ach ja, das ist natürlich klar. Moment, dann wartet mal kurz. Wir machen mal die Cam woanders hin. Wartet mal kurz. Wo können wir die Cam hin machen? Wir machen die Cam am besten, würde ich sagen... Auch wenn sie da so hin. Okay. So. Also, ihr könnt jetzt mir... Ihr könnt jetzt entscheiden, was ich jetzt im nächsten Raum an Waffen bekomme. Guck, ihr seht jetzt, ihr könnt jetzt, wenn ihr in den Chat reinschreibt... Schwert... bekomme ich ein Schwert. Wenn ihr Hammer oder Bogen reinschreibt, bekomme ich das, die und die Waffe immer jeweils. Ihr entscheidet quasi, was ich jetzt als nächstes bekomme. Wie findet ihr, dass von der Optik passt das so gerade? Auf jeden Fall könnt ihr entscheiden, was ich jetzt als nächstes bekomme. Okay. Ähm, ne, Vicky, ich habe gerade eben erst das Ganze geändert. Also, jetzt könnt ihr quasi noch das Ganze ändern. Kannst du mal Choice Chamber reinmachen, Vicky? Ist es zu laut für euch oder passt das so von der Lautstärke her? Okay, jetzt kriege ich also... Jetzt entscheidet ihr, was ich bekomme. Und ich bekomme einen Bogen. Ah, jetzt habt ihr mir den Bogen gegeben. Die kämen nach unten rechts. Okay, Moment. So. Okay. Okay, ist okay, so. Alles klar. Okay, jetzt könnt ihr, wenn ihr oben rechts, wenn ihr oben rechts eine Entscheidung da ist, dann müsst ihr euch entscheiden, was von mir passiert. Aber der Bogen ist schon mal sehr geil. Oh, nice. Jetzt könnt ihr zum Beispiel entscheiden, wie meine Sprünge werden. Ob ich höher springe, doppelt oder ob ich Porosprünge machen muss die ganze Zeit. Das müsst ihr jetzt halt entscheiden. Ihr habt oben rechts die Entscheidung. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und da unten habt ihr direkt mehr... Ihr könntet auch meine Waffe auch noch upgraden. Das könnt ihr jetzt halt immer machen direkt. Hm? ein Vogel ist mega geil oh ein Vogel ein Vogel das hab ich nicht okay blöder Vogel ha mal gucken okay so jetzt ist gleich das durch das wäre gleich meine Sprünge verändert gleich meine Sprünge angepasst danke euch oh dieser Vogel dieser Vogel ist die Hölle okay jetzt übrigens wenn ihr ein Raumcaptain werden sollt wollt wenn ihr als wenn ihr ein Endgegner werden wollt dann müsst ihr Pikmi schreiben dann werdet ihr ein Endboss okay mal guckt was ist hier oh nein ich hab ihr Pogo gewählt ihr gesagt so gemein jetzt hab ich dank euch Pogo wenn ihr Pik als Boss könnt ihr dann entscheiden was ihr machen könnt dann könnt ihr mir dann könnt ihr mir auch nicht geben oder nie jetzt Pogo ist die Hölle warum will die Pogo was war das was war das ist riesig groß die Gegner oh Gott oh mein Gott was zum Geier was ist das ein 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 das ein ein das ein 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 das ist Das ist mal lieb. Kobo-Jump ist die Hölle. Oh mein Gott. Dann gucken wir jetzt, der Endgegner wird. Chiara ist jetzt der Endgegner. Chiara, du kannst Hard, Gold, Enemy, Bomb, Empty, Random oder Resign. Also du kannst quasi Hard, Gold, Enemy, Bomb. Also wenn du Resign machst, dann bist du nicht mehr der Endboss. Chiara, du bist jetzt der Endboss. Du kannst die Räume jetzt bestimmen, was passieren soll. Wenn du eins von diesen Sachen reinschreibst, Chiara, also Hard, Gold, Enemy, Bomb oder Empty, dann passiert etwas mit dem Raus. Und ich hab mehr Crits, okay. Also du kannst jetzt Sachen in den Raum reinschicken. Nur du, Chiara. Chiara hat eine Bombe reingeschmissen. Chiara, das ist nicht nett von dir. Chiara hat eine Bombe reingeschmissen. Zu den Raum reingeschmissen. Das ist toll, ich schade. Tele! Okay. Oh Gott. Das ist Pogo, ich bringe mich etwas auf jetzt. und alle räume wenn jetzt kleiner und hier haben wir was geschickt hier haben wir schon wieder eine bombe geschickt ein herz okay was schickt ihr mir noch feuer feuer feiler ich kann nicht über hinterlässe springen mit dem das macht es wahrscheinlich Kiara, gib mir mein Herz. Du hast es voll gemacht. Ja, toll. Und jetzt? Das war's, glaube ich. Wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt müsst ihr mir übrigens, jetzt müsst ihr mir, ihr müsst mir jetzt, ähm, ihr müsst jetzt bitte eine Brücke bauen. Ihr könnt neun Brückenteile bauen, aber ihr müsst mir jetzt eine Brücke bauen. Ihr müsst eine Zahl schreiben zwischen 0 und 10. Dankeschön, Scarlett. Bitte Kiara, bitte Karia, keine Bombe. Was ist das? Was hast du mir da geschickt? Und ein Spikey Heart. Dankeschön. Das hat mich umgebracht. Der Spikey Heart hat mich umgebracht. Oh. Kiara hat mich umgebracht. Kiara, du Monster, das hat mich umgebracht. Nightbot, ja, ja, Moment, ich mach mal Nightbot an, solange. Okay, Nightbot müsste drin sein. Wie findet ihr denn das Game so bisher? Aber das Beste, was wir geschafft haben, war elf Räume. Noch eine Runde, klar, auf jeden Fall. Was meint ihr zu dem Game so bisher? Also, ihr könnt jetzt wieder entscheiden, welche Waffe ich bekomme. Und sowas kann man halt... Ihr entscheidet jetzt, was ich für ne Waffe bekomme. Okay, immer wenn die Votes durch sind, dann bekomme ich die Sachen, die ihr halt, wenn ihr gevotet habt. Ja, 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 Kiara, wolltest du mich nicht umbringen, ja, 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 ja. Ich vertraue euch nicht mehr. Oh. Noch habe ich meinen Bogen. Okay. Was habt ihr jetzt für mich gleich? Komm, kriege ich gleich meine Waffe von euch. So, mal gucken, was ihr jetzt für mich habt. Ihr gebt mir einen Hammer. Oh Gott. Das ist euer Ernst, ja? Jetzt habe ich einen Hammer, okay. Oh mein Gott, was ist das denn? Der darf mich nicht mehr berühren. Mein Gott, das Herz. Nein. Oh, das klingt ja richtig mies. Dieser komische Hammer, ey. Oh, ich kann viel höher springen. Oh, danke. Und ich hau viel schneller zu. Okay. Viel höher springen und viel schneller zu brauchen. Haha. Nein, habe ich gefressen. Oh nein, ich habe kein Leben mehr gleich. Der Hammer ist scheiße. Verdammt. Verdammt. Wer wird der Boss von euch werden? Ähm. Miss Sunday wird, wird, es ist jetzt der Raum-Captain. Okay. Und die Gegner sind kleiner. Oh, ich brauche ein Herz. Ein Herz. Oh, oh. Dankeschön, dankeschön. Wenn das jetzt eine Bombe ist, dann bin ich tot. Vertrau dir nicht. Oh, ein Herz. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich habe die Scheiß-Bugel. Dankeschön. Danke für das Herz. Oh, nein. Ich habe mich gepressen. Mein Name hat mir noch ein Herz. Dankeschön. Das ist der Raum-Captain-Ever. Okay, was haben wir jetzt hier? Mehr Crits und Laser. Die Gegner sterben mit Laserstrahlen. Ähm, Lucky Heart? Immer ein Lucky Heart, oder? Ein Lucky Heart. Da haben wir keine normalen Herzen mehr. Was ist das hier? Die Räume werden nun größer. Wow. Was? Was? Ach so, ihr müsst, ihr müsst ja wieder eine Treppe bauen. Ihr müsst ja wieder eine Treppe bauen. Hey, Lisa. Oh, Gott. Nein, nein. Oh, Gott. Oh, nein. Bitte. Wenn auch Sachen zu bauen. Oh, nein, nein, nein. Oh, Vieh-Loh hat mich umgebracht. Ja, ja, das ist ihr Schweine. Ich brauche mehr von diesen Glöcken. Nein, nein, nein. Ach, Gott. Oh, ich habe einen Eishammer. Oh, mein Gott, Laserstrahlen. Oh, mein Gott, Laserstrahlen. Oh, ich muss mal kurz meine, meine, ich habe keinen Strom mehr an meinem Eishammer. Okay. Haha. Nein, das ist ja geil, ey. Bam. Das Geräusch hat über den Hammer schlägt. Ja, das kann ich aber nicht ändern. Ihr wolltet einen Hammer haben. Hätten mir halt ein Schwert gegeben. Okay, was machen wir jetzt? Zwei Herzen. Eißiger. Der Boden ist vereist. Und ich hau schneller zu. Yes. Wow, wow, wow. Der Boden ist rutschig. Und es schneit. Oh, es ist bitter. Oh, nein. Oh, nein. Bam, bam, bam. Was schickt mir mal? Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Oh, noch ein Herz. Oh, du bist der beste Raum-Captain ever. Nein. Oh, Gott. Der eisige, der eisige Boden ist ziemlich böse. Okay, okay, okay. Yes. Was kommt jetzt? Die Gena werden kleiner. Okay. Stacheln. Wow. The laser. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Was habt ihr jetzt für mich? Wie? Die Räume gehen nur nach oben. Wie? Ich werde unsichtbar? Nein. Ich hasse euch. Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist ja mies. Ja, toll. Wo bin ich jetzt? Hier. Ich... Ich... Okay, ich bin hier vorne irgendwo. Ich sehe mich nicht mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Kam ja gerade irgendwo was runter. Oh, ja. ein Herz. Dankeschön. Wow. Laser des Todes. Das ist ja gut. Wo bin ich? Ja. Okay. Oh, mein Gott. War das jetzt schlimm. Äh. Oh, Gott. Die wäre... Normal-groß-normale... Want other cool powers. Oh, Gott. Was zum Teufel? Wow. Wow. Oh, Gott. Was macht ihr jetzt? Nein, Pogo-Jump. Oh, Gott. Scheiß, Pogo-Jump. Scheiße, Pogo-Jump. Aber hey, wir sind in Raum 16 gekommen. Wir sind in Raum 16 gekommen. Oh, Gott. Immer das, was ihr schreibt, kommt halt ins Spiel rein. Okay. Neue Runde. So. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht die Pole-Duration hier mal ein bisschen runter setzen. Die Pole-Duration hier mal ein bisschen kürzer sind. Das passt eigentlich so. So. Ah, geil. Neue Runde. Hammer ist voll Schrott. Ich weiß gar nicht. Blöder Hammer, ey. Ey, der macht überhaupt keinen Schaden. Direkt an der Hammer. Echt, ey? Oh, blöde. Dieser Hammer ist die schrecklichste Waffe, die ich jemals hatte jetzt gerade. Oh, blöde. Okay. Von von von. Pass it in Hammer. Blöder Hammer. Blöder Hammer. Ha! Okay, jetzt kann ich wieder ein Boss werden. Alter, halt nicht viel aus. Echt? Endlich, ey, meine Güte. Was hat er jetzt für mich? Ein Schwert. Okay. Stoppets. Uh. Und Ronja ist... Ronja ist der Boss. Das Schwert ist voll geil. Wow, ich werde es besser als den Hammer. Finde ich auf jeden Fall besser. Ich greife schneller an, okay? Also Ronja, du kannst jetzt mal bestimmen, was ich noch zusätzlich in den Raum bekomme. Also Ronja, du musst doch zusätzlich immer noch, kannst du noch schreiben, ob ich Bombe herzen oder sowas genau. Oh, eine Bombe. Ronja ist also ein böser Mensch. Dieser komischen Flieger, ey. Okay, was habt ihr noch für mich? Die Kinder werden kleiner, okay? Das Schwert finde ich bisher ganz geil eigentlich. Was kommt jetzt? Okay, ich greife schneller an. Oh, nicht schlecht. Oh, was ist das? Okay, also ihr müsst jetzt Farben reinschreiben. Die Farben bestimmen, was hier passiert bei dem Raum. Okay. Oh, das war knapp. Was ist jetzt? Chunks? Okay. Ronja, soll ich dir vertrauen nochmal? Was ist das denn? Ist das gut? Ein Feuerherz? Ach, ich hätte den Slot kaufen sollen. Shit, den Slot hätte ich gerne gehabt. Die Räume sind nur ein kleiner. Okay. Wow, nein. Ah, jetzt von der Nähe treibt er mich. Was, Lea? Was kommt jetzt? Blitzschwert? Wow. Ich habe ein Blitzschwert. Wow. Also, Eis fand ich, glaube ich, besser bisher. Wow. Nice. Was habt ihr jetzt für mich? Mehr Kritz. Schnellere Angriffe und mehr Kritz. Das ist geil. Wow, das ist geil gegen die Flieger. Richtig geil. Er hat mich gegessen. Oh. 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 Okay. Ist der, 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 der... Oh, der Boden klebt. Was ist denn das hier? Nein, das ist doch richtig widerlich. Oh, danke. Dieser klebrige Boden ist richtiges Problem. Shit, jetzt habe ich kein Herz mehr. Jetzt hat es erst, jetzt ist es wieder zübel. Das war das mein Problem. Oh, 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 oh. Verdammt. Oh nein. Die Gegner werden kleiner. Die Gegner werden nur nach oben. Und die Gegner sind unsichtbar. Oh, oh, oh. Oh Mann, verdammt. Wir müssen auf Choice Chamber Sub gehen. Und wir haben irgendwas Cooleres noch. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Nein. Ich habe es vergessen. Warte mal, ich gucke mal kurz auf die Choice Chamber Seite. Da gibt es noch total viele. Ach so, da gibt es noch so andere Sachen. Okay. Okay. Oh Mann. Alles klar, Anni. Wollt ihr noch eine Runde? Wollt ihr noch eine Runde? Noch eine? Okay. Okay. So, haben wir noch eine Runde. Das Schwert ist schon geil. Der Bogen ist schon auch geil gewesen. Ja, nur der Hammer war Schrott. Und echt Schrott. Oh Mann, ich dachte, der killt mich jetzt. Oh Mann. Wow. Wow. Okay, was glaubt ihr mir dieses Mal für ne Waffe gegeben? Ja, der Bogen! Yay! Der Bogen ist schon geil. Scheiß Flieger! Double Jam! Was zum Dias, was denn? Achso, ihr müsst jetzt den Bereich unter mir sprengen. Oh nein! Hört auf mich zu Bomben! Was ist das? Nein! Seid zu gemein! Oh nein! Ah! 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 Oh Gott! Ah! 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 Ein Herz! Okay, vertraue ich dir oder nicht? Ah! Ja, ja, ja. Oh Gott. Okay, was habt ihr jetzt? Konfetti! Noch schnellere Angriffe. Und die Räume sind nun normal groß. Was ist denn das hier? Was ist denn das cheating? Yay, ein Bonus Herz. Feuer, äh, Feuerfeiler. Oh mein Gott. War das Bike-Art nicht gefährlich? Ich traue dir, ich traue dir, ich traue dir, ich traue dir im Herzen nicht. Oh mein Gott, ich bin voll krass gerade. Ich traue dir im Herzen nicht in die Staffel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, 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 da kommt mal wieder ne Bombe an. Noch schneller Angriffe. Konfetti. Yes. Was habt ihr jetzt? Herzen. Yay. Und klebriger Boden wieder. Was ist das? Nein, das ist doch die Hölle. Was ist das für den? Geht der mal ein kleiner. Der Boden wird unsichtbar. Oh, was? Nee. Okay, das geht ja eigentlich. Gar nicht beschwimmen. Ich dachte. Mein Herz, danke dir. Oh Gott. Er hat mich aufgespuckt. Nein, das Herz da unten. Nein. Nein. Oh Gott. Was ist ein kleiner? Nein, ich hab mir Pogo-Jump. Nein. Gerade jetzt vor dem Boss Pogo-Jump. Ja, ich geh durch. Warum jetzt gerade Pogo-Jump? Ich hasse Pogo-Jump. Ich brauche mir meine Brücke, bitte. Danke, Tene. Dankeschön. Jetzt muss ich wegen euch springen, ja? Danke schön für die Brücke. Oh mein Gott. Ich hab mir Pogo-Sprünge weggenommen. Äh, ich meine, ich hab mir Doppelsprünge für Pogo-Sprünge. Ja, ich hab mir Doppelsprünge weggenommen. Scheiße, ich hab mir gesprünge. Pogo-Sprünge liebt ihr, oder? Ja. Ja. Ich geh damit kleiner. Floma ist jetzt der Raum-Captain. Und ich kann nicht mehr dashen. Ja, ich versuche ja im richtigen Moment zu springen. Ich hab keine Schäden mehr. Nein, bitte keine Momente. Bitte nicht. Ich kann nicht mehr mit dem Moment aufstehen. Ich muss flankieren. Ich habe nichts mit. Ich will das. Ich bin dein Freund dwarfen防. Oh mein Gott! Aber hey, das ist unser bestes Ergebnis bisher. Oh nein, auch noch Kleber. Oh nein, aber die Keine von mir jetzt. Ah, danke. Oh mein Gott. Okay, da waren wir normal groß. Jetzt habe ich auch noch einen Nord. Oh nein. Was ist denn das? Ein kleiner... Was ist denn... Was zum Geil ist denn dieser Gizmo? Was ist denn ein kleiner Gizmo? Warum habe ich noch... Nein, ich bringe noch mehr. Oh mein Gott. Was ist denn dieser Gizmo? Der Gizmo hat einen Weg gemacht. Oh, ist der Gizmo praktisch, Tine. Danke für den Gizmo. Okay, das war ein Eisbogen. Geil. Oh mein Gott, ist der Bogen in einem Kast. Oh, ist doch nicht gegangen. Nein, das war... Was ist denn? Boah. Nein, habe ich gebissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott! Und die Räume dann leer. ein herz dankeschön ich habe liebe bekommen nein ich habe noch eine ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Yes Ich habe das Herz, nehme ich lieber nicht, dann sterbe ich daran, dann wäre ich auch daran gestorben Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein Ja, Pogo ist ja super nervig, aber Pogo ist auch für euch natürlich super lustig. Wie viele Flieger hier sind! Überall Eis und Stehe und alles! Oh Gott, endlich der Flieger! Yes! Oh Gott, jeder Raum wird immer schlimmer jetzt. Was ist das? Die Räume sind nur größer. Oh nein. Jetzt müsst ihr wieder den Raum gestalten. Oh nein, keine Bombe! Das mit Pogo ist einfach, das ist jetzt echt schlimm. Ich komme noch nicht hoch. Das Herz ist einfach ge... ach so. Das ist voll belastend. Boah. Ich komme da nicht durch. Ich habe diese Pogo-Jump. Oh Gott. Nein. Was zum... Was zum nächsten Mal? Ist das so sehr hallo jetzt?! Oh Gott. Was? Oh mein Gott, was ist denn ein Geier? Da fangen Sachen runter. Aha, 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 aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber hey, wir sind ein bisschen in Raum 25 gekommen. Oh Mann. Oh Gott, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch generell solche Games gefallen, auch mit Twitch-Interaktionen, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Wobei, ich wollte es gar nicht in die Kommentare schreiben. Dann schreibt mir einfach generell, wobei, ich glaube, ich konnte die Streams hier kommentieren. Ich gucke mal, ob ich den hier nicht re-uploaden kann auf YouTube. Und dann sehen wir uns noch nachher gleich zum Labi-Stream wieder. Danke fürs Reinschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Generell, wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr hier gerne ein Follow da lassen, dass ihr immer mitbekommt, wenn ich hier streame. Und ich werde jetzt gucken, dass ich hier regelmäßig noch auf dem Kanal streame. Ich muss besser ausweichen. Dankeschön. Haut rein. Bis nachher zum Labi-Stream. Ciao, ciao.